Oh, 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 oh. Jetzt, ja, was ist los? Wir wollen einfach das Banditentorf, das ist der beste Punkt, um überhaupt erst mal Punkte zu sammeln. Dort im Banditentorf, das ist bei der Sandwüste, wem das was sagt, dieses Containerdorf. Dort befinden sich drinnen Waffenartrappen in Teamfarbe Rot. Diese Waffenartrappen müssen wir zu uns bringen und am besten hier bei den Containern abladen. Hier hinten habt ihr noch so ein Bunkersystem, dort auf der linken Seite, da drinnen sind unsere Waffen. Die müssten verteidigt werden. Jetzt einmal wieder sehr zurück. Wir schauen jetzt. Los geht's! Los geht's, los geht's! Hier, hier, ruf, hier, ruf! Ah, ne, dürfen wir, ne, ist zu! Geißte! Hütt! Hier vorne rechts am Balken? Da vorne ist die Decke. Ach du hast doch Mulch mit der Knifte. Du hörst immer vor, meine Knifte ist nicht gut. Gerade zu 12 Uhr sind sie lang hier ran, aus der Deckung raus. Da hinten bewegt er sich. Wir müssen hier ein bisschen umlaufen. Jungs, in der Deckung weiterlaufen. Wir kommen noch zu eurer Deckung. Gebt euch gegenseitig Deckung. Hier erst gleich rüber zu dehnen. Gehen weiter und hier rüber zu dehnen. Bist du ready? Zwei, zwei, drei, los! Schönes Ding, schönes Ding. Hier haben wir mehr Peilung. Ich stehe da hinten und da hinten sehe ich welche. Das kann ich nicht erkennen. Das ist nicht da hinten. Das ist gelb. Das ist gelb. Der da an der Ecke am Baum. Kannst du erkennen? Der da vorne an der Straße an der Ecke? Jetzt ist er hin. Das könnte gelb sein. Aha, die Koffe. Der haut dich doch nicht hin. Die Knarre vom Kumpel habe ich hier am Start. Die ist auch nicht so prall. Die zwei, die da sitzen, ne? Da stehen. Ich muss mir jetzt abonnieren, ob das echt ist. Komm mit! Weg! 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 Soll ich jemanden hier sehen? Kontakt hier? Ne, ja. Ich gucke nicht so richtig dahinten. Luftdäner gerade, jetzt sitzt wir. Die sind rot, ja. Lade. Da hinten höre ich, dass ich vorhin schieße. Ja, er ist raus anscheinend. Ja, er ist raus. Weiß ich nicht, ob ich das war oder ein Kollege. Da hinten ist noch einer. Der steht da hinterm Baum. Der steht hinterm Baum und zwar, warte mal. Da in die Richtung. Kommt da nicht so richtig hin mit der Blüfte. Wir können, genau, wir laufen hier rüber zu der Deckung. Oder warte mal hier vorne. Hier den Haufen und der Holzstapel. Da können wir hin. Am besten, willst du durchrennen? Ich gebe euch Deckung. Wir geben ihnen Deckung und er rennt rüber. Den Haufen oder den Holzstapel? Haufen, zwei, drei, los. So, jetzt du. Jetzt du. Hinterm Holzstapel am besten, oder? Bist du ready? Los. Alle. besuchen. Be Simon. In das. Nee. Literally. Am besten. Hinten ist die Elbe, das ist die Elbe, ist das die Elbe? Ja, vorne rechts. Okay, von vorne kommen, okay, okay, von vorne auch hier aus der Richtung kommen welche? Schüsse? Kör! 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 Kör!